hi leute hier ist wieder rex oder drei mit einer neuen mag dieses mag spielt zurzeit einen klon kriegen also kurz zwei bis drei und ist halt auf naboo ja die geschichte ist general griebus hat diese basis hier angegriffen jetzt ziemlich kleines und die klone haben halt mehrere commander hier die halt unterstützung die die hat diese basen unterstützen wollen und wir haben immer ganz hier hier steht man schon nach 80 der hier mit einem 12 um sitzt ein commander drin ganz alter ich cool sagt mein sniper schütze bisher dann hier vorne rennt 1 212 unter zwei airborn die grad von da kommen weiter hier stehen zwei bomb squad die tür bewachen solchen automatisch ist eine schiebetür nicht ganz cool jetzt und was man für datenübermittlungen sind nicht ganz fest drauf ich hatte die ganzen stelle nicht mehr gefunden tut mir auch leid dann wollte noch dass wir vergessen zu sagen hier drin wurde in diesem in der base wurde eine waffe erfunden die wenn sie praktischen nicht bekommen durften also diese praktisch nicht bekommen und jetzt ist halt griebus da um die zu bekommen ja machen wir voll weiter hier rennt ein klon trooper und brauner tarn trooper hier weiter die elite trooper der hier kann durchs wasser rennt und ja dann habe ich hier weiter hier habe ich so fließen jetzt so daten braun dunkelbraun dann sieht man hier diese waffe die sie geschützt werden sollen aber der secret der security droide hat gerade dem speeder hinten abgeschossen selbst das ding abgefallen und dieser baum ist total hässlich weil mir das obere teil anruf verloren gegangen ist tut mir auch leid mal weiß ich noch keine krone sein diese runter hängt kann man ja nichts machen dann hier vorne ist der speeder grad rein gerutscht in diese so fertig gerade rein und der soll da gucken wir noch gerade griebus sorry meine stimme dann ist das ein kleines steinhügel ihr seid so patroiden die noch stehen dann hier vorne steht ein lite trooper sieht man glaube ich nicht so gut dann ist hier wieder mein art nämlich zum neuen arzt der die super jetzt im coolen gewehr ich war noch so eine verlängerung drauf gemacht ganz ganz cool ist meiner meinung nach hier vorne wird gerade einer abgeknallt hier ist ein geschützt das halt schon luftabwehr ist in diese mauer von geschützt finde ich ganz cool noch ein kleiner baum abc schneiden und so dann hier hinten zwei näher und ein neon soldat der neon soldat hat sie gerade dem droiden einen übergehauen der andere holt hier gerade eine waffe raus und kornion gleich schießen weil er gerade erst mal den schlossen hat und mein kabel nervt und ich weiß und ich habe ein stein gebaut jetzt und zwei jetzt so coole taktik haben wenn ihr heute nicht so ein stein mal einem video bau könnte ich mir dann schreiben hier ein soldat also der sind droide der auf so ein vor ding steht also auch so ein hügel gestorben ist dann hier noch dieser sandstreifen und ja ich würde mal sagen ich mache das dach ab doch bin wieder da dann wird es mal ist noch genommen wie es ein kleiner speeder hunger aber auch der schicke spieler so rausgedüst ist und ja hier vorne ist halt so ein holotisch die basis hier eins höher gebaut hier ganz schön weil ich hier drin so erst mal ganz normal ach es ist halt dunkel hier sorry ich habe mich mal ein bisschen mehr an und dann ist es auch kacke wenn ich es so machen halt hier geht es nach schon besser hier ist halt immer so eine treppe die runter geht hier sitzen zwei rebellen trooper ich habe jetzt keine offiziere dafür genommen weil ich habe ein super dafür cool fand ein soldaten aber so ein commander der in sommer steuerpult ist hier so eine hohle tafel noch eine kleinere jene die dem botschafter der das hat gesagt hat und die wandert auch genutzt werden auch haben und das ist da hinten meine maus und nicht da oben drauf und doch keine ahnung wir werden noch ein officer lang hier sitzt ein elite trooper der karte der waffe nachlädt hier hat einer raus und ich habe in die türnummer so kaputt ist was hier so kleine was in rundung dran hat ja hier ist noch eine kiste also hat es eine seite der treppe ist noch so ein griff oder so genau ruf lüftung schacht und ja leute ich habe jetzt dieses video nicht so lang gemacht weil ja keine ahnung ich hoffe hat euch gefallen und ja macht das hier ist das ist genau drauf gesteckt sich das einfach zu drehen ich habe was hat nicht gefallen wenn ja dann da oben nicht vergessen also bewerten da nach oben in sich gut gefallen hat wir danach und wenn es nicht so gut gefallen hat schreibt verbessern in die kommentare ich war in einem neuen morgen mit einem berg abonnieren auch da unten ist kostenlos und verpasst ja keine meiner videos weil manche gucken hat in den statistik also in dieser suchleiste oben geben ihr das video ein von mir und dann suchen die das und dann ist es noch nicht in sind draußen aber wenn ihr auf einem kanal also wenn ich mich abonniert kommt das sofort raus also dann sieht es früher als wenn es in der suchleiste um ein geld wollte ich nur gesagt haben und ich stelle ich noch ganz kurz meinen stein vor ich mache jetzt habe auch kein eigenes video zu drei sekunden lang jeder stein das so gemacht habe ich habe ich ein paar um diesen einstellen so ein paar andere so richtig gemacht hat nur in zwei nicht in drei lang dann habe ich hier immer ein normalen stellen sondern ein stellen genommen dann noch mal so was dran und dann einfach hier oben noch so eins drauf fand ich nicht ganz schön aus ja dann würde ich sagen ciao